Das Hotel Fairtex Sport Club liegt in Pattaya in Pattaya. Das Hotel Fairtex Sport Club ist sehr beliebt unter den Gästen, 100% empfehlen das Hotel weiter. Das Hotel hat eine sehr gute Bewertung. Die zwei Gäste die das Hotel bewertet haben vergeben durchschnittlich 5,4 von 6 Sonnen. Die Bewertungen sind allerdings nicht aussagekräftig da nur zwei Bewertungen vorliegen. Nun die Bewertungen im Detail. Zimmer. Die sehr sauberen Zimmer schätzen die Gäste und vergeben insgesamt 6 von 6 Punkten. Service. Für den hervorragenden Service dieses Hotels bedanken sich die Gäste mit 6 von 6 Sonnen. Lage und Umgebung. Das Hotel hat laut den Gästen die beste Lage. Sie vergeben für den ausgezeichneten Standort und den damit verbundenen Erholungsfaktor 5,8 von 6 Sonnen. Gastronomie. Eine großartige Küche bietet dieses Hotel. 5 Sonnen werden für die gastronomischen Leistungen der Küche vergeben. Sport- und Unterhaltungsprogramme. Die Gäste sind mit dem Angebot an Sport- und Unterhaltungsprogrammen sehr zufrieden. Das Hotel erhält in dieser Kategorie 5 von 6 Sonnen. Hotel allgemein. Die Gäste fühlen sich wohl in diesem Hotel. Zustand und Sauberkeit des Hotel werden mit 4,8 Sonnen bewertet. Sprechen Sie am besten mit Ihrem Reiseveranstalter oder rufen Sie direkt beim Hotel an, um nähere Informationen über das Hotel zu bekommen. Das waren Informationen zu der Lage, Service und Ausstattung des Hotels. Angebote und weitere Informationen erhalten Sie, wenn Sie dem Link unterhalb des Videos folgen. Vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit. Vielen Dank.